Einsatz für die Helden der Stadt. In unserer Polizeistation ist immer was los. Hier kommen Paul Polizei, Hector Helikopter und ihre Freunde. Denn ist jemand in Not, sind wir zur Stelle. Ich bin Fiona Feuerwehr und ich bin da, wenn du mich brauchst. Wir sind die Helden der Stadt. Jetzt auch als Spielzeug zur Serie. Die Helden der Stadt von Dicky Toys.